Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einem Video von uns. Heute ist wieder ein Tuesday-Tipp und ich bin heute das Thema der Tiere. Ich und meine Probleme. Wir hatten ja schon verschiedene Problemchen, die wir alle haben, angesprochen und ich habe ein bisschen überlegt, welche Probleme ich so habe und mir überlegt, was habe ich für Ticks und Sachen und dann ist mir einfach reingefallen, dass ich mega viele OCDs habe, also Obsessed Composite with Orders. Also ich habe einfach wirklich viele Sachen, die mega eigenartig sind, so Ticks, die mich aber im Alltag total hemmen. Ich gehe viermal zurück und schaue, ob ich das Glätteisen ausgesteckt habe und ich bin mir nicht sicher und kann dann nachts schlafen, weil ich habe vielleicht ein Kassel in der Küche aufgelassen. Es ist ein bisschen eigenartig. So ganz banale Sachen. Aber ist das für dich ein Problem? Ja, ist schon stressig. Ja, oder zum Beispiel Gläser. Ich habe glaube ich 10 Gläser am Tag. Also ich brauche ein Glas vor dem Frühstück, während dem Frühstück, nach dem Frühstück ein anderes, Mittagessen wieder ein anderes und danach dann wieder, weil das andere zu schmutzig ist. Ja, das schaue ich nicht. Dann wird gemessen, was ich da verdiebstgegen soll, oder? Weil ich habe so viele Sachen selber, aber nicht wegen dem, sondern weil ich zu faul bin. Ich glaube, dass es für dich ganz wichtig wäre, wenn du so ein Ritual möchtest. Also wirklich so, der Schlüssel liegt immer an dieser Stelle. Der Schlüssel ist immer in dieser Tasche, dass du quasi immer bei Hause schon weißt, er kommt gerade ein paar anders hin. Also ich habe das zum Beispiel so, dass ich immer weiter meinen Schlüssel liegt, weil ich ihn immer dahin lege. Woher kommt das? Was hast du für einen Hintergrund? Warum? Ich habe keine Ahnung, ich habe so viele Eigenartigkeits. Vielleicht ist das mit Wunssicherheit. Ich glaube, das ist Überkontrolle. Ich bin nur zum Beispiel, ich musste irgendwie so zwei oder dreimal Haare waschen. Ich kann nicht einen Durchgang Haare waschen. Sondern ich schamponiere, wasch aus. Noch einmal Shampoo, wasch aus. Noch einmal Shampoo, wasch aus. Ja, das ist egal. Bei meiner Schlüssel ist das egal. Also ich kann wahrscheinlich auch nicht um die Leute lesen, was zum Psychologen. Nein. Ich glaube, dass das Ganze schon ein bisschen durch eine emotionale Unsicherheit gekommen ist. Sei es in deiner Vergangenheit, dass du irgendwie das Gefühl hattest, du musst immer was unter Kontrolle haben. Und darum bist du umso nervöser, wenn du plötzlich nicht alles unter Kontrolle machst. Oder vielleicht helfen auf To-Do-Listen. Das mache ich ganz stark. Aber für Basics abpacken. Ja, auch für Basics. Warum nicht? Wenn es dir hilft, würde ich es schon machen. Weil dann will die Get-Reisen aussteigen, das ist ziemlich wichtig. Auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Das ist wie Herdabtreten. Manche Leute vergessen das aber auch unter Daily Basics. Und denen würde ich dann auch empfehlen, bitte schreibst auf die To-Do-Liste. Wenn du damit deine Wohnung überlebt. Oder du könntest das zum Beispiel bei dir so Liebesticker basteln. Dass zum Beispiel den Sticker über das Gleitersen klebst. Gleitersen abdreht. Das hat wieder auf. Genau. Vergessen tue ich es ja nicht. Aber du hast Angst, dass es dann... Ich habe Angst, dass ich es vergesse. Also ich glaube, dass ich es nicht vergesse. Ist ja gar nicht der Fall. Und ich mache es ja eh. Aber was ich jetzt begonnen habe manchmal ist, dass ich sage so. Du verwendest dieses Glas mehrmals. Und nicht nur einmal. Und dann bin ich richtig stolz, wenn ich ein Glas, das ich vom Schlafengehen genommen habe, in der Früh noch immer habe und dann ist es um 8 Uhr wechselt. Dann können alle Gläser weg haben und noch eines verhalten. Ja. Das wäre böse. Das wäre so mega radikal. Das ist böse, Marie. Da hast du recht. Mach eine Challenge und mach ein YouTube Video draus. Weil sobald du ein Ziel hast, dann schaffst du es sicher. Weil du bist so ein... Wenn du dir ein Ziel setzt, dann musst du es auch hinkriegen und dann kriegst du es auch. Das ist ja mega absurd. Lisa, schaffst du es nur ein Glas den ganzen Tag zu verwenden? Ich werde dann fix schummeln. Ich werde dann fix so 0,5 Liter Flaschen kaufen von Getränken. Und dann habe ich so 5 verschiedene 0,5 Liter Wasser das Flaschen am Tag. Vielleicht für die Zuschauer-Tipps. Wir sind jetzt da anscheinend nicht so hilfreich. Doch, das war schon hilfreich. Ähm, Listen machen. Doktor, Doktor. Ich kann mal richtig aufziehen. Brauchst du eine gewisse Länge, wie du das Glätteisen verwendest? Oder brauchst du da manchmal unterschiedlich lang? Aber du brauchst ja nicht länger als eine halbe Stunde, oder? Nein, das braucht 10 Minuten. Ja, dann würde ich einen Wecker auf 15 Minuten machen. Das Ausscheißen ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich es ausgestreckt fahre und weg kann. Ich glaube, du musst auch wieder zurück und überlegen, ob ich es ausgestreckt habe. Vertrauen an mir. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du sollst dir selbst mehr vertrauen. Weil du hast es ja eh selten vergessen, oder bist du nie? Noch nie? Ja, eben. Also abschließend waren jetzt die Tipps. Mach dir To-Do-Listen. Vertraue mehr in dich selbst. Und zu guter Letzt dann noch zurücklegen einfach. Genau. Eine Routine. Eine Routine. Also ich glaube, ich werde diese Tipps erstmal beherzigen. Wenn ihr andere Tipps habt, dann kommentiert die einfach unten. Wenn ihr ähnliche Eigenschaften habt wie ich, kommentiert das auch. Dann fühle ich mich nicht so alleine. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Und einen Daumen hoch zu geben. Liken! Und wir schicken euch viele Küsse. Bye!